okay jetzt geht's okay hallo und herzlich willkommen zurück bei let's play minecraft wir spielen jetzt hier auf der 1.8.3 und ich muss nämlich gerade noch schnell was austesten denn ich habe jetzt gerade die ganze zeit wo das ist schon ein creeper und ein skelett ich habe nämlich hier gerade die ganze zeit wollte ich aufnehmen schon seit zehn minuten aber dann habe ich da immer so gespielt und dann ist die maus irgendwie so immer so raus geskippt und dann habe ich dann einfach so aus der gedrückt und dann und dann hat sich minecraft minimiert und das war ein bisschen komisch habe ich einfach ein bisschen ausgetestet und jetzt habe ich so glück hingebekommen da habe ich mir auch so gedreht weil wenn ich mich so nach rechts gedreht hat und dann am bestimmten punkt ist die maus herausgekommen weiß ich auch nicht wo jetzt habe ich das feld hier kaputt gemacht naja und wie man es vielleicht merkt ich spiele mit einem neuen mikrofon weil man anderes war irgendwie kaputt als ich das dann immer genommen habe also so gesprochen habe dann hat es immer so als wird man so ins klo reden aber so elektrisch und so nachhallen und so das war irgendwie voll komisch also lustig hat es geklungen naja auf jeden fall habe ich jetzt ein neues kann sein dass jetzt noch nicht allzu gut eingestellt ist da bin ich immer noch ein bisschen dran mit dem habe ich zwar schon bewispert world aufgenommen aber trotzdem und ich würde sagen was machen wir denn heute erstmal ein brot reinmampfen ich mache es trotzdem bei dem monster aus das brot zwar nicht essen brauchen ich würde sagen wir gehen mal zu unserem schönen bergbude da drüben guck noch mal was unsere villager da machen da haben wir sie schon okay na wie sieht es mit dir aus hallo du wolltest raus kriegt er darfst aber nicht okay so dass unser händler 37 fleisch das war jetzt spielen ich weiß auch nicht warum aber bitte ich hoffe mal das hat mir jetzt irgendwie ich hoffe mal ich überbreche mich schnell die aufnahme machen eine neue damit zwischen jetzt schwarz aufnehmen das wäre irgendwie blöd so jetzt bin ich wieder da ich habe kurz aufnahmeknopf gedrückt und wieder angeschaltet nicht dass dann so schwarz wäre weil wir so raus minimiert war könnte ja sein das wollen wir natürlich nicht okay der joe hat geschrieben dass wenn wir mit den handeln die waren irgendwie weg geht es hat er heute geschrieben und heute nehme ich auch auf doch weiß ich jetzt nicht wie das hier so ist weil ich glaube nicht ich weiß halt nicht ob wir die eigentlich nur zum schönstehen haben weil ich glaube im smaragdum und es ist selber da haben wir nicht so ein fleisch rein doch weiß ich nicht können wir noch später optimieren jetzt möchte ich erst mal kurz gucken wie es hier so ist hier wie die alchemistin 2 ist da wieder so raus es gibt ich weiß nicht was da los ist schon wieder aber das finde ich echt ein bisschen blöd eigentlich muss ich na jetzt dir muss ich echt sagen so dann gucke ich mache ich mache ich dann einfach mal zehn minuten ich meine kurze aufnahme stopp und dann gucken wir da so weiter was wir gerade so in gedanken kommt wenn man da jetzt die treppe hoch geht wo kommt man denn da raus weil ich hatte ja schon die idee und habe ich vergessen aufnahmen zu drücken ich war wieder schlau ich hatte ja die idee hier so ein feld zu machen so ein elektrisches wenn man dann weg von darüber macht es schon zu groß also der weg bis dahin wäre viel zu lang darum weiß jetzt nicht was wollen wir denn heute machen ich könnte auch meine höhle gehen in der höhle waren wir lang nicht mehr die eier okay da nix soll nämlich die samen wieder mit was ins kürbis gehören okay was machen wir jetzt hier außer rumhopseln könnten echt in eine höhle gehen ich weiß es nicht aber müssen wir eigentlich nur haben wir irgendwo eine höhle oder wir könnten mal auf weltreise geht es wird natürlich auch schön wo wir uns hier mal die inseln ein bisschen angucken das haben wir noch nie gemacht wir waren hier eigentlich so in den dinge ich würde sagen das machen wir jetzt einfach mal random random machen wir das hier einfach mal dass wir unsere baustellen ein bisschen wohnen lassen hier da drüben bei dem haus muss eh noch ein dach drauf das wollte ich erstmal nicht machen jetzt wollte ich erst mal dieses hier machen dieses kleines häuschen jetzt haben wir schon drei besucher ich könnte mir dafür brauchen wir eisen ich würde sagen wir gucken uns die inseln mal hier an wir sind hier in der 80 folge oder sowas und wir haben uns immer noch nicht die insel richtig angeguckt damit ich sagen wir tun sie erst mal alles rein was wir nicht brauchen was brauchen wir wasser einmal einmal brauchen wir nicht schere eigentlich auch nicht kies haben wir viel drin ach hier geht es wieder so raus ich weiß nicht warum das ist doch blöd ich weiß nicht warum wenn ich sie drauf drückt dann geht es wahrscheinlich raus okay holz haben wir da ach ich möchte jetzt darüber nehmen kann ich es geht einfach nicht ich weiß nicht warum das finde ich echt ein bisschen blöd druckplatte brauche ich nicht wofen brauche ich auch nicht eisen haben wir brauchen wir eisen groß ja eigentlich schon pfeile kann ich noch mitnehmen okay dann hole ich mir von drüben nochmal eisen ich würde sagen dann gucken wir uns mal die karte hier ein bisschen an ich war also ja die karte hier dann haben wir haben wir schlau wäre wenn wir uns ein kompass bauen das wäre wirklich schlau aber ich weiß nicht haben wir redstone ich hoffe doch mal ja haben wir sehr gut jetzt